Guten Morgen! Ich habe mir hier auf meinen Teaser ein paar saftige Taubürmer aufgezogen. Ich möchte jetzt mal testen, was passiert, wenn Würmer unser Happy Kadaver-Spray treffen. Ich werde die jetzt mal schön hier einsprühen. Vorsicht! Das stinkt gewaltig. Und jetzt schicken wir die mal auf Taubfahrt. Und klopfen mit dem Ballerholz. Hier seht ihr meine Köderlinie. Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt. Fisch ist knapp unterm Köder. Aufpassen jetzt! Fisch, Fisch, Fisch! Alter! Das ging jetzt aber schnell! Oioioioioi! Oioioioi! 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 Alter Vater! Das ging jetzt wie das Brezelbacken. Wahnsinn. Wollt euch gerade die Köderlinie zeigen, steigt einer an und rumst da voll rein. Also auf das Spree hier stehen sie definitiv. Geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Geil. Toller Waller. Petri Heil. Geil. 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 ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier kommt darunter euer Köder. Die Höhe passt knapp über Grund. Hier läuft die Köderlinie leicht versetzt jetzt mit dem Schlauchboot, nicht ganz deutlich. Da kommt ein Fisch. Hier ist ein Biss. Leichter Biss, aber wieder einer. Hier oben ist er noch. Seht ihr dann? Hier wird ein Stück runter. Hier oben ist er. fisch kommt achtung fisch ist knapp unter dem köder da waren leichte attacke kommt wieder hier geht er jetzt nach oben noch da der fisch manchmal leicht an hier startet er jetzt zum grund zurück nächster fisch kommt oben drüber ist auch ein fisch vielleicht hat der jetzt hunger direkt am köder fisch kommt wieder fisch kommt genau am köder bis 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 fisch kommt wieder fisch fisch Das war's für heute. Achtung, Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt. Der ist ja mal richtig hoch geballert eben. Fisch kommt, Fisch kommt. Fisch ist am Köder, Fisch ist genau am Köder bis Fisch hängt. Fisch ist der Kamerad. Dieses Spray ist der absolute Hammer. Aufpassen beim Greifen jetzt. Schöner Fisch. Schöner, kleiner, Waller. Das ging doch rucki zucki. Schnell neu beködern, fangen wir noch ein. Schöner Fisch. 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 Da kommt er, ihr seht dann gut, nicht zu tief, ca. 1 m über Grund wieder starten und Abfahrt. Hier kommt ein guter Fisch ins Bild, richtig guter Fisch, steigt aber nicht. Jetzt ist er am Köder. Fisch kommt. Hier kommt ein guter Fisch. Hier schießt einer rum im Mittelwasser. Gucken, ob wir den kriegen. Da ist der Biss. Da ist der Biss. Da ist der Biss. Fängt! Hängt! Den haben wir jetzt schön im Mittelwasser abgeholt. Der hat sich eingewickelt. Unglaublich! Der hat sich um den Köder gewickelt. Schaut mal. So was habe ich schon erlebt. Habt ihr so was schon mal gesehen? So was erlebt man definitiv nicht oft. Der jetzt hat sich sogar, so gehen die auf dieses Spray hier ab, in den Köder reingewickelt. Das wird wahrscheinlich passiert sein, wie ich ihn im Mittelwasser gesehen habe, den Köder angelupft habe und da wird er wahrscheinlich den angegriffen haben und dabei sich in den Teaser gewickelt haben. Wahnsinn! Geht mal klopfen! Das bringt richtig Gaudi und Fisch! Ciao, ciao!